Hallo, hallo! Mein Name ist Deborah Fleischmann und in dieser Podcast-Folge möchte ich dir wieder einmal Leseempfehlungen mitgeben. Und zwar, du siehst es schon, auf dem Thumbnail zwei Bücher, beziehungsweise er hat mehrere geschrieben von Frank Schätzing. Let's go! Frank Schätzing, ein deutscher Schriftsteller. Sein bekanntestes Buch kennst du womöglich Der Schwarm? Und ich finde persönlich, dass diese Bücher heutzutage aktueller denn je sind. Im Buch Nachrichten aus einem unbekannten Universum schreibt er sozusagen, ja, die gesamte Entwicklung, also von der kleinsten Zelle beginnend, ja, also eine Zeitreise auch durch die Meere, wie sich alles entwickelt hat, aber eben hochspannend formuliert, also nicht so langweilig, sachlich, so hier ist die Kreidezeit, sondern schon spannend. Und ja, letztlich, ja, das gesamte Universum unter Wasser und auch, wie es eben unsere Zukunft bestimmt. Also hochspannend und wie gesagt, aus meiner Perspektive hochaktuell. Ein Buch, was mich für immer geprägt hat. Und wie gesagt, der Schwarm, das ist eben ein Thriller, der meiner Ansicht nach auch aktueller denn je ist, weil es letztlich auch darum geht, wie die Tiere einen Aufstand wagen, sich gegen die Menschen auflehnen. Und das wird eben aus verschiedensten Perspektiven beleuchtet, ja, also es geschehen merkwürdige Dinge. Vor Peru verschwindet ein Fischer, niemand weiß, wo er ist. Ja, dann gibt es so norwegische Ölbohrexperten, die finden ganz komische Organismen, die sie vorher so noch nicht gefunden haben und wissen nicht, was das bedeutet. Ja, warum sind das so viele? Dann verhalten sich die Wale komisch. Ja, also alles ist so ein bisschen seltsam und kafka-esk. Und dann gibt es eben so einen Biologen und einen Walforscher und die kommen eben, ja, zu verschiedensten Schlüssen, die eben leider sehr beunruhigend sind. Weil, ja, letztlich eben gezeigt wird, dass die Tiere sich nicht mehr so verhalten wie zuvor oder eben auch Organismen. Und, ja, letztlich, dass eine Art Auflehnung ist auch gegen die Umweltzerstörung und gegen die veränderten Umweltbedingungen und Umwelteinflüsse, die eben der Mensch verursacht hat. Und das eben verpackt in einem sehr spannenden Roman, also Thriller besser gesagt, der Schwarm, wie gesagt, höchst lesenswert aus meiner Perspektive und, wie gesagt, aus meiner Perspektive auch, ja, aktueller denn je. Und, ja, ich denke, Chatzen kann das deswegen so gut in Worte fassen, weil er eben auch persönlich sehr interessiert ist an diesen Thematiken. Ja, er hat auch Hobbys in dem Bereich, also eben das Meer, das Tauchen und auch internationale Politik. Und er, ja, engagiert sich eben auch zum Schutz von Hoch- und Tiefsee oder von Delfinschutzprojekten, Umweltprojekte. Ja, er war auch tätig in einer deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger und allgemein solchen, ich sag mal, Pro-Umwelt-Organisationen. Und 2021 erschien noch ein Buch von ihm, das da lautet, was, wenn wir einfach die Welt retten? Und, ja, letztlich, du kannst es dir denken, das aktuelle Paradigma ist eben Klimawandel, Klima retten, Umwelt retten, Umweltzerstörung minimieren und so weiter und so fort. Wenn dich diese Thematik näher interessiert und inwieweit das auch mit neuem Bewusstsein zu tun hat, was Menschen eben haben, weil sie merken, oh, wir sind ja verantwortlich, dann check meine Playlist Levels of Consciousness Spiral Dynamics, wo ich eben über die kollektive Bewusstseinserweiterung individuell wie kollektiv zu sprechen komme. Und bei Spiral Dynamics gehe ich eben auch auf die verschiedenen Evolutionsschritte ein, einmal natürlich auf die Menschheit bezogen, kann man aber auch auf Familien oder Unternehmen übertragen. Ja, also die einzelnen Podcast-Folgen verlinke ich dir auch in der Beschreibung. Oder, wie gesagt, du checkst direkt meine Playlist Levels of Consciousness Spiral Dynamics, wo es eben auch darum geht, dass eben so die nächste Phase der Menschheit so dieses, wir sind jetzt für die Umwelt ist, ja, und das einfach jetzt dieses anstehende Paradigma ist. Und ich denke, du wirst das auch in der Politik schon mitbekommen haben, dass da einfach jetzt der Fokus mehr drauf gelegt wird und demnach auch Entscheidungen zugunsten der Umwelt aus den verschiedensten Perspektiven beleuchtet und womöglich auch getroffen werden. Frank Schätzing hat einmal gesagt, die Antwort darf nicht lauten, Politik sei die Kunst des Möglichen. Politik ist die Kunst, das Unmögliche möglich zu machen. Und ja, letztlich denke ich, man muss alles immer differenziert sehen. Also man kann nie pauschal sagen, bis jetzt war alles schlecht, jetzt wird alles besser. Also auch sämtliche Veränderungen, die in der Zukunft in Kraft treten, werden jetzt eben auch für die Umwelt, die werden auch wiederum irgendwelche Nachteile haben. Womöglich wird man sie auch erst in der Praxis dann feststellen und dann wird man wieder Gegenmaßnahmen ergreifen und so geht das eigentlich immer weiter. Also man kann nie sagen, etwas ist pauschal gut oder schlecht, weil alles, was eben in Kraft tritt an Maßnahmen angesetzen, natürlich Vorteile mit sich bringt, aber auch Nachteile. Auch immer alles abhängig von der Perspektive. Und wie gesagt, langfristig kann man das dann eben auch nur in der Praxis feststellen. Deswegen ist etwas nie pauschal nur gut oder nur schlecht und das gilt auch für Paradigmen, Werte und Normen. Ja, sie verschieben sich mit der Zeit. Das sehen wir an veränderten Gesetzgebungen. Das sehen wir im privaten Bereich, im beruflichen Kontext, im kleinen wie im großen, ja, im individuellen wie kollektiven. Es gibt nicht dieses schwarz-weiß-gut-böse. Es gibt eben viele Graubereiche und man muss einfach heutzutage die Fähigkeit haben, differenziert zu denken, die Perspektiven zu wechseln, nicht gleich alles abblocken, nur weil man etwas anderes gewöhnt ist oder etwas anderes sich wünscht, ja, weil man sich nicht verändern möchte, aber gleichzeitig natürlich jetzt auch nicht alles verherrlichen, was in der Zukunft kommt. Und weil, wie gesagt, alles birgt auch Gefahren, ja, auch die künstliche Intelligenz ist nicht nur pauschal positiv. Natürlich hat sie auch Gefahren und Schwachstellen und blinde Flecken und letztlich wird die Zeit alles zeigen, ja. Und, ja, wie gesagt, prinzipiell alles eine Frage der Perspektive, aber wenn du eben sagst, ein bisschen Homo Prospectus-Vibes wären ganz nützlich, ja, also der vorausschauende Mensch, dann lies diese Bücher und check einfach verschiedenste Perspektiven auf verschiedenste, ja, auch Ereignisse in der Weltgeschichte und, ja, gönn dir einfach auch verschiedenste Perspektiven, indem du nicht immer dieselben Medien konsumierst, indem du nicht immer mit denselben Menschen sprichst. Also, Leave Your Bubble Mindset, ja, diese Podcast-Folge verlinke ich dir auch in der Beschreibung, weil die Realität als solche existiert nicht, es ist immer alles ein Konstrukt und man muss eben einfach sich mit verschiedenen Perspektiven auseinandersetzen. Es gibt nicht die eine absolute Wahrheit, ja, man kann sich ihr nur eben durch Perspektivenwechsel und Meinungsaustausch annähern und deswegen ist etwas nie pauschal super richtig und alles andere schlecht oder umgekehrt. Aber, wie gesagt, Perspektivenwechsel ist der Schlüssel und erhöhtes Bewusstsein und, ja, wie gesagt, check Spiral Dynamics, check kollektive Bewusstseinserweiterung und, wie gesagt, meine gleichnamige Playlist und weiterführende Podcast-Folgen in der Beschreibung. Ich persönlich glaube, auf irgendeiner Timeline bin ich auch Meeresbiologin geworden, weil ich Wale sehr spannend finde und allgemein Meerestiere und auch Reptilien, also ich finde das sehr faszinierend und bewundere alle Menschen, die in diesem Bereich arbeiten und dann auch ihre Erkenntnisse der Öffentlichkeit mitteilen. Also ich stelle mir das super cool vor, wenn du da auf so einer Insel bist und irgendwie ein halbes Jahr Pinguine zählen musst oder so, das stelle ich mir sehr spannend vor. Und, ja, also riesen Respekt an alle Menschen, die solche Berufe ausüben. Höchst spannend und richtig wichtig, finde ich. Und, ja, ansonsten, also wie gesagt, viel Spaß beim Lesen und beim, ja, erhöhten Bewusstsein für die Umwelt, welche Perspektive auch immer du einnimmst. Wie gesagt, es gibt nicht pauschal die eine richtige Perspektive und die eine falsche. Alles hat immer mehrere Seiten und alles ist eine Frage der Perspektive. Krippet den Willer. Ciao.